So Leute, wir sind zurück mit Banjo-Kazooie im Treasure Trove Golf. Warum ging eigentlich nicht der deutsche Name? Ist doch Latte. Wir haben eben die Sprungfähigkeit erhalten. Und werden uns jetzt diesen Jinjo rein... Und den Rest hier oben... Ja, da kommen wir ja nochmal hin. Dann machen wir am besten erstmal den guten Eimer und die Cheatburg. Das wird gecheatet. Ich bin... Ich tropfe. Ja, ja, du kriegst deine drei fertig. Das Loch ist gestopft mit Hilfe von Eiern. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist, aber wir machen es halt. Damit können wir locker floppig in die Burg. Und hier oben sind Noten, die wir uns so holen. Und hier gibt es erstmal keine Cheats. Ich glaube, wir müssen erstmal Banjo-Kazooie buchstabieren. Innerhalb eines Zeitlimits. Und ich habe hier schon so viele Cheats eingegeben. Es gibt ja wirklich vorgesehene Cheats. Und es gibt auch Cheats, die eigentlich der 0815-User nicht kennen sollte. Ich kenne sie. Dazu zählen natürlich auch die... Der Eisschlüssel. Der Cheat für den Eisschlüssel. Und auch die Fragezeichen-Eier. Die kann man hier freischalten in der Cheat-Burg. Gewusst wie? Okay, in Zeiten des Internets sollte das dann doch keine allzu große Herausforderung sein, diese Cheats herauszufinden. Früher war das anno 1898, wo es rausgekommen ist. Da war das schon... was sehr Besonderes. Der Eisschlüssel. So, Leute. Auch das hätten wir. Und es ist nicht wie bei Mario 64 hier, dass ich irgendwann mal in den Abgrund falle und verloren bin oder so. Nein! Ich weiß jeden Schritt. Ich kenne dieses Spiel. Ich glaube, das beste Spiel, was ich überhaupt kann. Ich weiß, wo alles ist. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß. In diesem Spiel kann mir so schnell keiner was vormachen. Deswegen werdet ihr auch keine schlimmen Tode sehen oder so. Und auch hier in dieser Truhe, die labern manchmal mehr, als ich, als mir lieb ist. Weil ich einfach zu schnell bin. Und hier retten wir uns auf dem Mambo-Schädel und hier ein bisschen im Gewässer tut uns nicht weh. Der Hai holt uns schon nicht ein. Bevor wir jetzt hier die Leitern hochjumpen, gehen wir hier am Grat entlang. Denn an dem Ende... Dankeschön, mein Leibgericht. Bitte in Wasser bleiben. Upsa. Okay, okay. Da habe ich eben schon gesagt, ich kann das Spiel im Schlaf und man stürzt sich hinab. Ist mir aber herzlich wurscht. Am Ende des Weges befindet sich ein weiteres Puzzleteil. Und nicht mehr. Und nicht weniger. Aber auch nicht mehr. So, fünf Teile. Das heißt, die halbe Miete haben wir doch schon mal geschafft. Das hoffe ich doch. Upsa. So, hinauf. Die einzusammeln ist ein bisschen crazy, weil... Naja. Gut. Hier befinden sich zwei Mambo-Schädel drin. Okay. Okay. Mambo-Schädel. Gut, gut, gut. Autsch. Ich verschwinde besser. Aus der Fräse-Katrone. Und hier gibt es jetzt jede Menge Sees. Ich glaube, das ist der höchste und ich glaube, auf dessen Boden ist das hier. Aber auch in die anderen sollte man einen Blick reinwerfen. Extra Leben. Ah ja, gut. Mein Gott. Extra Leben ist extra Leben. So, hier gibt es noch mal Eier. Hier gibt es noch mal Eier. Kannst du da noten? Ja, natürlich. Als ob ich das vergessen könnte. Und hier unten ist auch noch irgendwas, äh, Mombo-Schädel. Kann das sein? Ja. Diese Plattform kommen wir später noch hin. Und jetzt habe ich glaube ich etwas vergessen. Nämlich den Jinjo. Kann das sein? Nobody is perfect. Mein Name ist perfect. Nein, mein Name ist nobody. Komm her, Bub. Jetzt fehlt nur noch einer und der ist ganz oben. Was hast du denn noch Tolles? Eier. Das sind nur Eier, oder? Spring rein. Das sind nur Eier. Ah, auf den Palmen dürfen wir nicht vergessen. Diese Flugplatten, das werdet ihr schon noch sehen. Da werden wir noch entlang fliegen von Platte zu Platte. Das wäre schon sein Grund. Gut, einmal die Runde gemacht. Ich gehe übrigens auch keine unnötigen Wege. Also ich gehe keinen Weg zweimal. Nur weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich hinlaufen soll. Weil ich weiß relativ genau, wo ich hinlaufen soll. Und als nächstes gehen wir hier unten lang. Um dann langsam in Richtung der Mission zu starten. Wo, äh, das mit den Flugplatten, das ich eben erläutert habe, zu erklären. Und vorher sammeln wir noch Noten ein. In einer dieser gefäßigen Truhlen finden sich Noten. Und zwar hier. Ich gucke auch nicht alle ab. Es gibt nichts peinlicheres, als Noten zu vergessen. In Mario 64 gibt es ja mehr als 100 Noten jeweils immer. Aber hier gibt es halt wirklich nur genau 100 Noten. Da darf man keine verpassen. Das wäre ein Desaster. So. Oh nein. Oh nein. Mein Freund. Wer und draußen was erbaut. Das Rezept checke ich am Bio-Lag. Oh je. Ich erinnere mich nicht an den. Okay. Spiralberg mit Klippen. Und hier eine Art für, was soll es da schon, eine Schatzkarte. Wir müssen fliegen, um diese Truhe zu finden. Ja, schade, dass wir den Sturzflug noch nicht haben. Den kriegen wir erst in der Eiswelt. Und wir müssen jetzt von Kreuz zu Kreuz fliegen. Und das im Schneckentempo. Weil es halt nicht schneller geht. Ist halt auch ein Tögerlick, oder? Schalalalalalalala. Okay. Also ihr seht's. Alle diese Flugplattformen müssen wir nochmal abzackern. Auch den und da rechts. Das ist ja lustig. Ich hab den Cheat schon aktiviert und er gilt für alle Spielstände. Mit den Eiern und mit dem Eisschlüssel. Und deswegen, ein Ei befindet sich in dieser Gruft. In diesem Berg. Und der ist normalerweise unten. Und er taucht erst auf. Wenn bestimmte Sachen erfüllt wurden. Und, ähm... Der Cheat scheint spielstandübergreifend zu sein. Jetzt sind wir auch mal da oben hin. Zu dem... Gimbo... Gimbo... Ach, du wirst mich nie ohnehin mal finden. Nein! Leute, wo soll das nächste Kreuz sein? Ich hab keine Ahnung. Ich werd den niemals finden. Ich seh kein Kreuz. Verdammt, ich bin verloren. Und das hätte sich auch erledigt. Läuft ganz gut, oder? Allerdings müssen wir jetzt zum Ende kommen. Der Part ist jetzt vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Part.